wieder auf so hallo zusammen so ich spiele weiterhin mit dem dean und schwer zu erkennen die vision aufgabe weiterhin auf dienst karte die mission zu machen eben auch fehlen und eben mit dem technik level nach denen man unten rechts eingeblendet zieht zu erhöhen so dass er auch auf weltrang level 5 kann okay dann gruppenführer auf geht's dann muss hier ein sprengsatz nachschub zu erreichen okay ach da ist wo wir die teile wieder beschützen müssen alles klar wir müssen hier wechseln das sind verschiedene oben oder unten hier müssen wir jetzt hin Wann schon? Lalo, ein Treffen! Lalo, ein Treffen! Lalo, ein Treffen! Lalo, ein Agent in Ihrem Team ist vernetzt und braucht Hilfe. Sie haben eine Menge Leute sehr glücklich gemacht, Agent. Gute Arbeit! Ach, da im Gebäude. Hm, ich folgte. Ja. Schießt sich der Mann, oh mein Gott. 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 Schießt sich der Mann. Schießt sich der Mann, oh mein Gott. Schießt sich der Mann an. Schießt sich der Mann, oh mein Gott. sürgодно. Winde Arbeit. Da komm doch mehr! Kapitän! World Squadly Open, scrIent ich materials활ные стен. Warnung! Feindkraften näher an sich! Klasse Agent! Ich werde Ihre Hilfe nicht vergessen! So, ich geh dir mal eben... Oh, ich muss dir die Sachen geben, ich kann nichts mehr aufnehmen. So! So, und, warte, jetzt kann ich neu was aufnehmen und kann mir das auch mal geben. Ja, korrekt. So, aber, dann können wir wieder los. Wollt's hin. Achtung, wir haben eine Rikersstellung am Park in der ersten entdeckt. Brauchen Unterstützung. So. Hintenspiel. Erschwinde hier. Erledigt. So. Ja, wir haben sie. So. 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 ist zwar gut weil die mir auch lebenspunkte gibt wenn ich damit kills mache aber ich glaube ich habe jetzt bock hier auf den groben knüppel wegen wegen nachladen erst mal keine sorgen machen alles klar zentrale an patrouille rikers planen einen waffenhandel an der eisball in stäubesand hey warum liegt er den kopf an mich und alle munition ist wieder da angefordert ich hätte den heilkreis erlassen sollen ich wusste nicht dass so schnell wieder feinde kommen so koffer ist wieder voll setzen hier fest genau hier gibt es sachen zum einsammeln waffenteile zum selber crowd ich möchte noch irgendeinen rucksack ja korrekt danke er wird kämpfen oder sagen wir weiter rechts von uns sind die wir können aber auch weiter zum ziel alles klar An alle Einheiten, in einem Park bei der 20. werden gestohlenen Medizingüter gehandelt. Ja, wo wir die Kisten wieder schleppen müssen. Pass auf, ich folge dir. Du nimmst eine Kiste, ich schütze dich dabei. Nicht schlimm. Ja komm, dann machen wir die ersten mal kalt. Warte, lass noch nicht zu nah ran. Erstmal dezimieren hier. Ach, ich hätte hier heute, jetzt habe ich den aufgenommen. Ich wollte hier den Loot aufnehmen. Okay, du nimmst, ich schütze dich. Ja. Korrekt. Alles klar, ich hole den Zweiten. Oh, Feinde. Okay, machen wir erst die. So, den Knüppler aus dem Sack lassen. Wenn du dich wunderst, warum ich bei dem MG die ganze Zeit einfach so wild draufballere, ohne den Abzug loszulassen. Ähm, die hat eine Spezialfähigkeit. Und zwar, wenn ich nicht vom Abzug gehe, bekomme ich für jeden weiteren Kill, kriege ich die, glaube ich, 10% mehr Schaden. Ich darf eben nur nicht vom Abzug gehen. Ich gucke gleich mal genau nach. Ich lese es dir gleich vor. Ich habe es auch nicht mehr genau im Kopf. Aber ich weiß, dass es irgendwie einen Bonus gab, wenn man eben den Feuerstoß nicht beendet. So. Aber da sind nur zwei. Meistens sind es drei, ne? Aber bei hier, bei der nur zwei, okay. Gut, dass Sie mit dabei waren. Ja, nett, cool. Sauber. Danke. Diese Medikamente gehören nicht auf die Straße, sondern zu den Kranken. Ja, ich habe gehört, die Rikersbasis auf der Lexington wird immer noch gesäubert. Ich vertraue in unser Verklammer. Alle Einheiten. Rikers wurden bei Hilfsgütern im Park in der Avenue 2. Wir brauchen ein Abholteam. Wir brauchen ein Abholteam. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Sparrow 5 hier. Wir nähern uns jetzt ihrer Position. Warnung. Feindkraften nähern sich. Feindkraften nähern sich. Ich liebe diese kranke Waffe. Ich liebe diese kranke Waffe. Waffe. Ich liebe diese kranke Waffe. Wir brauchen zwei Abhast. Ich liebe diese Oh shit. Gute Arbeit. Dieser Nachschub wird vielen Menschen helfen. So warte, ich geb dir, ne, gibts dir noch irgendwas zum einsammeln, ja. Warte, hier liegen noch irgendwelche Materialien. Ja. Ach, das Ding nervt mich. Ding, Ding, Ding. So, ähm, neue Sachen für dich. Okay. Ach so, ich wollte das nochmal mit der Waffe lesen. Sorry, wolltest du was sagen? Habe ich dich unterbrochen? Nein. So warte, ich guck jetzt mal im Talent. Genau, ah, nimmer satt. Das Töten eines Ziels erhöht den zugefügten Schaden um 10%, bis sie das Feuer einstellen. Durch mehrere Abschüsse wird dieser Bonus bis zu 50 mal kumuliert. Ja, also, ähm, du darfst eben nur nicht vom abzugehen. Und dann kommt pro Kill, ähm, 10% Schaden drauf, maximal 5. Also dann nochmal 50% auf die Waffe, die schon eh viel Schaden gibt. Und das Gute ist, ich habe die mit 220 Schuss, ähm, im Magazin. Und dann, ähm, hier durch den Heilkoffer verbrauchen wir ja keine Munition. Das war immer das Gute, ne, wenn wir hier drinnen nachladen. Ja. Okay. Ähm, ich bote mich jetzt ins Safehaus, verkaufe kurz und dann... Ja klar. Ist dort noch eine Mission. Ja, natürlich. Warte, wo komme ich hinter dir her? So, wo bist du? Da bist du. So, wo bist du? Wolltest du danach noch spielen? Oder nicht mehr? Ja? Ja, korrekt. Aber ich habe auch noch ein bisschen Zeit, deswegen passt. Sie betreten einen sichereren Bereich. Diese Preise sind nicht zu schlagen. Ja, alles klar. So, dann beende ich mal eben die Aufnahme. Und dann... Sag ich bis... Na, warte. Bitte. So. Wir trinken uns jetzt erstmal ein Bier hier an den Tresen. So. Bis gleich. Ciao. Ja. 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 Ja.